Willkommen zurück bei Sniper Elite 4. Weiter geht's hier in der zweiten Kampagnen Mission Dwarf Bitanti. Leider überhaupt nicht so erfolgreich bisher weil ich dummerweise ein wenig mehr krach gemacht habe als ich als ich wollte. Jetzt gehe ich aber erstmal herunter. Ich kann auch mal die Kette benutzen dafür ist er da. Jetzt fällt mir ein wir müssen eventuell doch nochmal schnell da hoch. Ich habe vergessen dort mein Fernglas auszupacken. Ich gehe noch mal ganz schnell da hoch tut mir leid hatte ich vergessen als wir da oben waren und ich die Scharfschützenberichte eingesammelt habe. Geht ja fix. Wobei vielleicht finden wir gar nicht mal viele Gegner da die meisten ja schon tot sind. Ich kann anscheinend auch bloß da und hier rüber schauen. Von da sind wir gekommen. Gut. Dann doch nicht. Funker ausfindig machen bevor Verstärkung ruft. Wo es einen Funkturm gibt kann der Funker nicht weit sein. Ihn zu finden und zu töten bevor Verstärkung rufen kann würde mir das Leben enorm erleichtern. Ja habe ich jetzt auch schon festgestellt. Achso seht ihr es gibt hier wieder drei solche Adler. Aber Turmtechnisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo man die hier findet? Ich habe noch keinen gesehen. Habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Da oben war keiner. Wo eine Kirche ist, ist ein Friedhofmast nicht weit. Da ist es ja klug. Das ist ja genial. Okay ich gehe mal hier weiter. Aha. Ja schönes Leveldesign. Auch hier bisher sieht das ganz ganz harmonisch alles aus. Sehr schön. Hoch. Da geht schon wieder los mit dem Schleichen. Okay also hier ist deutlich mehr los. Alles ein bisschen enger gespickt an gegnerischen Soldaten. Du bist immer so optimistisch. Stand da unten. Ein Sendeturm. Der Funker muss hier irgendwo sein. Da ist einer. Shit. Ich hoffe der Funker ruft nicht jetzt schon Verstärkung. Wäre ich echt am Arsch. Kann ich da hinten hin? Ach guck mal. Shotgun Munition. Bin ich immer noch klasse die Übersetzung. Nach hoch mit dir. Achso. So. 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 Kriege ich die Nahkampftechnisch? Ja ne. Lautloser Kill. Selbst da gibt es so eine Kamera ok. Der scheint auch fest dort zu stehen. Komme ich hier links vorbei? Er scheint auch nur in die Richtung zu schauen. Boah, Alter. Mir reicht es jetzt, ich mache jetzt die Kamera aus. Hier, was sind das? Kugelkill Kameras, Nahkampf Kameras. Achso, jetzt nichts, minimal nichts. Das lasse ich mal auf reduziert. Vielleicht für die Offiziere oder die Leutnants oder die Hauptbosse, die ich da töten muss. Fallen Kameras, schnelle Kameras, nur schnelle Kugel Kameras zeigen. Aha. Röntgenbild Kameras. Ja, danke. Nein. Haha. Wie mies. Hätte jetzt doch einer mitbekommen hierhin. Sonst ist nichts mehr zu finden. Ach nö, 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 nö. Jetzt geht er schon wieder so los wie in der letzten Folge. Mehr finde ich nicht. Fuck. Hu 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 hu, erst mal weg. Na. Ach, die können von hier oben ran, sehe ich gerade. Lass mich hier vorbei. Von da hinten rum. Okay. Ich hätte gerne eine normale Pistole, hätte ich mir vielleicht mal kaufen sollen. Da hätte ich vielleicht auch die andere Munition nehmen können. Ich kümmere mich lieber um den Funker, bevor er sein kann. Aha. Das ist der Funker. Na, gut. Gott sei Dank. Optionales Ziel abgeschlossen. Wunderbar. 1000 MP. Ende. Daneben. Ah, Gott sei Dank. Ha. Zwei Verbände noch. Wie viel heilt denn das? Oh, ein bisschen. Ich stelle mich schon wieder doof an ey. Das gibt es gar nicht. Immerhin der Funker ist tot. Och, jetzt hört doch mal auf. Oh, hello da. Oh. Das ist echt nicht meine Mission. Überhaupt nicht. Ich brauche dringend Verbände. Ha. Ein Verband. Super. Hat hier vielleicht einer so eine Pistole dabei? Nee. Ah. Guck mal hier. Ach Mist. Ich dachte das wäre ein Verband. Ich bin ein Verband. Ich bin ein Verband. Ja wohl Herr Leutnant. Wir müssen ihn finden. Haltet die Augen auf. Oh. Oh. Oh shit. Ich hab was gesehen. Das war klar. Fuck. Ach scheiße. Ja das Level läuft echt scheiße. Ach kommt echt jetzt. Alter. Hier lässt mich das Spiel wieder raus. Das ist mies. Ich halte mich mal. Ich muss nachladen. Alter. Okay. Scheiße ey. Sonst nichts. Nächste Mission. Da wird es wieder besser. Kann ja bloß. So scheiße wie das hier läuft. Oh Gott ey. Ist aber auch deutlich schwieriger. Okay. Ah hier. Dienstplan. Dienstplan. Verantwortliche Offizier Oberleutnant Arnold Schwenke. Standort. Ostanbau. Abwesenheiten alle vollzählig anwesend. Anweisungen des Offiziers. Die Einheit der Italiener besteht aus erfahrenen Trupps. Wir haben einen Funk-Offizier im Turm stationiert um Verstärkung zu rufen falls etwas schief geht. Anmerkungen des Offiziers. Der ortsansätzige Widerstand ist nicht zu unterschätzen. Gut. Ist halt deutlich schwieriger ohne diese Munition die keine Geräusche verursacht. Ach guck mal hier. Abschiedsbrief noch gefunden. Liebe Ludwiga. Dies ist mein Abschiedsbrief. Ich möchte dir sagen dass ich dich liebe und dich um Vergebung bitte. Ich habe dich betrogen. Einmal nur mit Börter der Fischverkäuferin. Sie behauptet das Kind käme nach mir aber das sehe ich anders. Naja. Vielleicht ein wenig Clemens. So was macht man aber nicht. Gut. Nachdem das jetzt hier auch alles abgeballert wäre. Liebsten würde ich zurück und über den Pier wieder rein. Über den Hafen. Ganz ganz schlecht was ich hier abliefer. So. Hatte ich euch noch nicht geplündert? Doch. Hatte ich. Das wird sehr nützlich sein. Hatte ich auf jeden Fall. Oder wird das nach dem neuen Laden wieder angezeigt? Da ist noch ein Offizier drin. Ich kann ja mal einen abschließen und dann erstmal wegrennen. Damit die dann weniger Verdacht schöpfen, dass wirklich was passiert ist. Ach. Komm mal. Auf eben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich hab nochausch. Ich hab noch einer. Ich hab noch ein paar Sachen. Ich hab noch ein paar Sachen. Schade, dass es nicht so ein richtiges Deckungssystem gibt, dass man sich so richtig anschmiegen kann. Ich meine er macht das hier so leicht automatisch aber Ah ok, er hat es gehört. Der rennt sogar dahin. Sein Maul. Och nö, ich geh kaputt ey. Ich baller jetzt hier gleich alles weg. Och nö. Klappe. Ich bin voll du Arsch. Ich bin voll. 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 Öhhh. Hallo? Okay jetzt gehts. wollte gerade nichts machen ein Tresor vielleicht hat er ja die Kombination Tresorkombination gefunden endlich unter Schallgewehrmunition 10 Schuss wenigstens etwas krass liegt das hier einfach mal im Tresor rum okay dann könnte es anscheinend hier wirklich sehr selten vor ein Keller eine Höhle ein kleiner Tunnel die Partisanen haben sicher etwas womit ich da durchkomme vielleicht im Hauptquartier naja da geht es doch bloß nach außen oder oder vielleicht so eine kleine Abkürzung von irgendwo dahin das ist doch direkt hier unten hier na gut ich würde sagen wir machen hier beim nächsten Mal weiter das war es für heute ich bedanke mich bei euch wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe es wird nächste Folge besser tut mir leid bis dahin tschau